In der Kontaktverwaltung können Sie Projektmanager anlegen, bearbeiten und einen Einblick in deren Zuständigkeiten bekommen, um deren Auslastung und Zielerreichung zu überprüfen. Der Administrator Ihrer LinkButler-Installation ist gleichzeitig Ihr erster Projektmanager. Bei der Anlage eines neuen Projekts müssen Sie einen Projektmanager zuweisen, der für dieses Projekt verantwortlich ist. In den Stammdaten können Sie den Zugang zu LinkButler verwalten und die Benutzerrolle einstellen, die Sie individuell in den Einstellungen verändern oder auch neu anlegen können. Der Zugang zu LinkButler ist vorausgewählt, sodass nach dem Speichern der Projektmanager eine E-Mail erhält, über die er sich ein Passwort anlegen kann. Mit der E-Mail und dem Passwort wird der Login anschließend ermöglicht. In den weiteren Tabs erhalten Sie nun die Übersicht über den Verantwortungsbereich des Projektmanagers. Hier werden die zugeordneten Link-Bilder und die zu verantworteten Projekte aufgelistet.